Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe stromsparende Matte-Glühkerzen für einen 8-Flammer-Gen-Luster gesucht. Die Glühkerzen haben ein angenehmes warmes Licht. Da es mir auf die Optik sehr ankommt war ich enttäuscht, dass die Glühbirnen einen relativ großen Druck rund um das Glas aufweisen. Der fällt zwar nicht auf, wenn sie eingeschaltet sind, aber natürlich ist er sehr auffällig, wenn sie aus sind. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.